Hallo Leute und willkommen zur 88. Folge von Undiscovered. In der letzten Folge haben wir sehr viele Quests gemacht. Naja, geht eigentlich. Und es tut mir leid, aber die restlichen Folgen, denke ich, bestehen hauptsächlich aus Quests erledigen. Vor allem, weil ich hier endlich mal aufholen möchte. Das hier. Ich glaube, ich... Habe ich nicht immer einen Pharma... Ich habe eine Gartenklatsch. Ich habe Gartenklatsch. Ich habe Garten... Ja. Quest completed. Das ging schnell. Das wird lange dauern. List all Spice. Spice. Nö. Doch. Ja, geil. Ähm. Dorf. Dorf, Dorf, Dorf. Dorf. Vielleicht kann ich das ja schon herstellen. Ich hoffe einfach mal. Nö. Warum auch? Ähm. Butter für ein Tofu Stock. Äh. Nö. Aber ich kann... Äh. Pott. Pott. Muss ich jetzt meinen Pott holen. Pott. Pott hässlich. So, jetzt kann ich Salt machen. Und... Ich dachte, daraus kann ich jetzt mehr machen. Scheinbar nicht. Schade. Ähm. Firm, 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 Tofu. Cooked Oil. Wie mach ich... Wie mach ich Cooked Oil? Oil? Oil. Cooked Oil. Wir brauchen eigentlich nur Seeds. Ja, sie Seeds. Ha. Cooked Oil. Hab ich hergestellt. Stock. Wie mach ich mir einen Stock? Von... Palms Harrestcraft. Mit nem... Das ist einfach. Wisst ihr auch warum? Weil einfach, einfach, einfach ist. Badum. Ich nehme einen Bone. Und dann kann ich eigentlich gleich nachgucken, was ich noch brauch. Firm Tofu. Firm Tofu. To-du. To-du. Silken Tofu. Und dafür brauch ich die Sojabohne. Hatte ich nicht mal Tofu. Firm Tofu. So... Ja. Butter. 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 Silken Tofu. Ja. Und Salz. Das heißt, ich hole meinen Tofu wieder raus. Und das letzte war... Derp Light hier. Dafür brauche ich Mehl. Und dafür brauche ich... Weed. T. Weed. Mit Tee. Ähm. Die Sachen lege ich mal hier rein. Denn mein Inventar wird es eh zugemüllt. Einmal... Das. Ähm. Kann ich mir einmal da herstellen. Und Butter müsste ich mir auch herstellen können. Butter. 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 Silken Tofu. Salz. Und Saucepan. Butter. Hä? Warum? Ich habe genug Salz. Ich habe genug Silken-Tofu. Ich habe Firmen-Tofu. Ah, das ist das Problem. Ich brauche meine Säubinen. Ja, das hätte man mir doch mal sagen können. Dass ich einfach nur das Falsche mit habe. Warum habe ich mir das nicht gesagt? Aber ich könnte einen Stock machen. Stock und Butter. Also Butter. Nicht Butter. Vor allem das ganze Essen, das brauche ich nicht mehr. Gib mir meinen Stock zurück. Danke. Ich glaube, ich muss endlich mal wieder husten. Ja, ich musste husten. Und... Corned Beef Breakfast. Ja, ich mache Corned Beef Breakfast. Corned Beef... Buffs player? Wie? Corned Beef Hash. Ketchup Toast. Toast? Nein. Ähm... Soja-Milch. 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 Habe ich. Ähm... Onion... Potato-Cheese. Onion... Nein. Oh... Das ist so ein nerviges Rezept. Das ist ein richtig abgefucktes. Ähm... Ketchup. Wie mache ich Ketchup? Wofür brauche ich Tomato? Toma-to, Toma-to. Garlic. Ah... Da sind meine Garlic-Coins. Manchmal gibt es ja den Bug, dass es... Ähm... Einfach nicht erkannt wird. Habe ich nicht eigentlich noch... Tomate? Hatte ich nicht das mal... Hatte ich nicht das mal. Genau. Tomato. Warte... Warte... Geht die... Tomate von... Ja... Die Tomate von Rustic... Funktioniert? Die Funktion... Nuggelt. Haha. Ah... Ah... Ja, gut. Ähm... Hallo? Warte, warte... Hallo? Ja gut, dann... Dann nicht. Dann leck mich. Dann suche ich halt weiter nach Tomate. Die Tomate, die sollte ja rot sein. Medici... Tomato. Facto. Muchos. Lavas oder so. Weiß jemand was das hieß? Welche Sprache das war? Ich nämlich nicht. Aber auf jeden Fall kann ich mir jetzt Ketchup herstellen. Endlich. Okay, ich kann den Cooking Table... Ähm... Geiler machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt erst mal dreimal Tomaten Ketchup. Ich habe... Sojamilch. Ich brauche Toast aus Brot und Butter. Das heißt, ich mache mir das, dann kann ich mir einmal Toast machen. Das heißt, die Hälfte habe ich schon mal. Ne, mir fehlt nur noch Corned Beef Hash. Cheese, Butter. Butter. Dafür brauche ich wieder Silken Tofu. Ja, Silken Tofu. Ähm... Einmal Cheese und einmal Butter. Eine Potato und ein Egg habe ich beides. Egg habe ich... Potato muss ich holen. Ähm... Ja. Potato hole ich mal. Potato... Potato... Yvolo... Trollo... Äh... Potato kommt hier hinein. Was war es noch? Onion... Bell pepper. Okay. Bell pepper. Vielleicht habe ich ja schon... Bell pepper. Bell pepper. Und Onion habe ich schon nachgeguckt. Bell pepper ist grün. Hm. Naja. Ich suche mal die ganzen Sachen. Ich habe die zwei Sachen sogar schon angepflanzt. Oh nein. Jetzt habe ich mal den coolen Kühltrank gefärbt. Ach man. Mann. Den Stick brauche ich. Außerhalb. Ähm. Ach man. Ah. Mein schöner Kühlschrank. Mann. Wie man vielleicht merkt. Das nervt mich. Es stört mich. Ich brauche den Hydrator nicht mehr. Mann. Ähm. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Corned Beef. Beef. Ja. Nur noch. Ah. 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 Was davon habe ich? Ich gucke nach. Äh. Corned Beef. Na toll. Muss ich so nachgucken. Okay. Habe ich Beef. Beef habe ich nicht. Salz habe ich. Zucker habe ich. Ähm. Ähm. Mustazis. Muss ich nachgucken. Ähm. Na gut. Habe ich. Ähm. Ginger. Spiceleaf. Spiceleaf habe ich natürlich nicht. Wie komme ich an Spiceleaf? Ah. Das ist wieder hier was suchen. Naja. Dann gucke ich mal was ich sonst noch so brauche. Bis gleich. Ich glaube ich habe alles zusammen gesammelt. Ich brauche einmal diesen Baum. Okay. Das funktioniert also so. Dann brauche ich Peppercorn Tree. Ähm. Dann brauche ich einmal hier einen Pfefferkorn. Dann brauche ich Ginger. Und ich brauche Spiceleaf. Und ich hoffe das war alles. Ach ne. Mir fehlt noch das Beef. Ah. Ich habe vergessen nach dem Beef zu gucken. So ein Zufall. Also ist wirklich Zufall. Achja. Ähm. Corned Beef. Und. Wie hieß das jetzt? Das. Kann ich. Kann ich. Kann ich. Ja. Und. Daraus kann ich jetzt das craften. Oh. War das ein Abfuck. Das nur um die Quest gemacht zu haben. Ja. Jetzt haben wir das hier schon vollständig. Das hier ist da richtig kacke. Ja. Hier das. Das könnte ich eigentlich easy machen. Wow. Dass ich so blöd bin und das noch nicht getan habe. Hier. Powered. Ach. Eigentlich. Eigentlich. Müssen wir doch gar nicht die ganzen machen. Sondern. Hier. Immer nur die Zwischenschritte. Und dann. True Power. Also. Ich. Ich werde nicht hier die Zwischendinger noch machen. Das lohnt sich doch gar nicht. Gut. Hat sich ja auch nicht. Aber. Hier ist das echt. Nee. Das braucht keiner. Nein. Ich. Ich werde nicht die Zwischendinger machen. Ich werde aber True Power machen. Hier werde ich noch den Arraycant Core herstellen. Wie ist denn der eigentlich? Arraycant Core. Ja. Dafür brauche ich etwas. Einen. Einen. Vivern Core auf jeden Fall. Vielleicht kann ich den. Ja. Jetzt noch schnell herstellen. Vivern Core. Einen herstellen. Zwei Mal Arraycant Draconium. Blöcke. Effekt. Da ein und da ein. Dip dip. Ah, dafür bräuchte ich noch mehr. Gut, dann nicht. Und vor allem... Ne, Wyvern ist richtig. Wyvern. Wyvern halt. Aber auf jeden Fall bräuchte ich dafür noch... Warum habe ich die noch nicht hingestellt? Die sind doch viel besser. Hä? Das check ich nicht. Hä? Okay. Das muss ich wahrscheinlich nicht verstehen. So, dann kann ich ja doch eventuell... ...diese Folge, das hier noch zumindest anfangen. So, zwei davon. Ähm, zwei Draconic. Draconic Core. Dann der Wyvern Core in die Mitte. Ähm, dann war es eine Enderpearl. Und zwar eine Infused Enderpearl. Easy. Und ein Ingot... ...ingot... ...chri... ...ein eigentlich drei. Oder halt eine mehr, als es nun... ...letztendlich waren. Naja. Ich sag mal. Dankeschön für's Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und... ...schaut Smell... ...schaut Smell Defense. Ciao.